Das Projektstudium findet im vierten und fünften Semester statt und ist ein einzigartiges Merkmal der Fakultät Digitale Medien. Es bietet einer Gruppe von vier bis sechs Studenten unter der Leitung eines betreuenden Professors die Möglichkeit, hautnah Erfahrungen in Bereichen der Planung und Durchführung komplexer Projekte zu sammeln. Das Projektstudium an unserer Fakultät ist eines der herausragenden Merkmale in unseren Bachelorstudiengängen. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Studierende aller Studiengänge arbeiten in einem Team von vier bis sechs Studierenden zusammen an der Konzeption, Planung und Realisierung von Medienprodukten. Ja, liebe Studierende, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Glück auf unseres Projekts. Ich bin sicher, dass wir in den nächsten zwei Semestern sehr erfolgreich zusammenarbeiten werden. Damit wir jetzt schnell reinfinden, habe ich Ihnen ein Paper gemacht, was versteht man unter einem Projektstudium. Das werden wir jetzt mal gemeinsam durcharbeiten. Nachdem die Rahmenbedingungen abgeklärt sind, beginnt die Konzeptionsphase. Hierbei werden Lösungsvarianten unter Berücksichtigung der Anforderungen und der vorhandenen Ressourcen entwickelt und besprochen. Ey, Alter, am Anfang war das richtig cool. Die waren echt alle gut dabei. Wir hatten einen Haufen Ideen. Die waren total begeistert von dem Konzept und dann alles total abgekackt. Du glaubst es nicht, ey. Ja, hier haben wir erstmal unsere Ideen mit dem Konzept zusammengefasst. Schauen Sie sich das mal an. Konzept? Ist das ein Konzept? Haben Sie nichts gelernt bei mir? Wie das denn? Ja, aber wir haben uns auch da... Bitte, das sind doch kindische Ideen. Das ist dramaturgisch minimal unterfüttert. Da finde ich doch gar nichts. Haben Sie mal unsere Zielgruppe reflektiert? Wir haben uns da so viel... Unterbrechen Sie mich doch nicht ständig. Ist das klar? Erstes Ziel ist immer, mit professionellen und eigenen Mitteln ein Medienprodukt höchster Qualität herzustellen. Die Fakultät Digitaler Medien stellt dazu den Projektgruppen eine professionelle Ausrüstung zur Verfügung. Stimmt schon. Die Ausrüstung ist erstklassig. Und eigentlich steht sie auch zur Verfügung. Einmal hat einer richtig standgehalten. So viele Fragen. Sie wollen also eine Kamera? Ja. Welche Kamera? Welches Projekt? Für wie lange? Wie viele Farben hat ein Farbalken? Wofür überhaupt? Wissen Sie überhaupt, wie sie funktioniert? Ja, selbstverständlich. Wer ist Ihr betreuernder Professor? Wo wollen Sie überhaupt drehen? Beantworten Sie mir die Fragen? Den Kamerakran. Ach, den Kamerakran. Nein. Die Fakultät Digitaler Medien bietet eine breit gefächerte Ausbildung an und gehört im Informatikbereich zu den führenden Hochschulen in Deutschland. Dies liegt natürlich auch an den hier durchgeführten Informatikprojekten. Ja, ja, ein Programmierprojekt läuft vielleicht bei einer Hello World Konsolenanwendung ganz gut. Aber sobald da eine gewisse Komplexität erreicht wird, dann kommen diese Kopfschmerzen. Call by Will You und Objektehecht. Total bescheuert. 1, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Im Projektmanagement legen die Studierenden die Projektstruktur, Teilziele sowie Projektvorgaben und Arbeitspakete klar fest und kommunizieren diese mit dem Auftraggeber und dem betreuenden Professor. Der Projektverlauf muss für alle Projektbeteiligten transparent bleiben, Risiken müssen rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Projektmanagement sah am Anfang gar nicht so schwierig aus. Als wir dann aber merken, ja, aber die Gewichtung nahm mit dem Projektverlauf immer mehr zu. Ja, soweit alles klar. Ich habe noch ein bisschen Arbeit über das Wochenende für Sie. Zum einen natürlich das Pflichtenheft. Ach ja, und dann natürlich die Arbeitspakete. Das bitte bis Donnerstag. Das auch. Ach ja, ich fasse das vergessen. Ganz dringend bis Montag. Kommen Sie gut nach Hause. Konflikte treten, gerade bei so langen Projekten, die über ein Jahr gehen, regelmäßig auf. Es ist ein Ziel des Projektstudiums, dass die Studierenden mit solchen Konflikten umgehen zu lernen und diese zu lösen. Konfliktlösung? Ja, Argumente sind gut. Schlagkräftige Argumente noch besser. Ich finde, das mit dem Licht hat das so echt besser hinbekommen können. Das passt eigentlich. Also diese Diskussion möchte ich jetzt hier nicht mehr führen. Ja, aber das müssen wir doch auch irgendwann mal sehen. Wenn Sie die Einladung führen, Sie machen bitte das, was ich Ihnen sage. Ja, wir hatten die eigenen Vorschläge. Ich habe Ihnen ganz klare Vorschläge gemacht, die befolgen Sie. Ja, wir hatten halt die Idee, das müssen doch... Haben Sie noch weitere Ideen? Haben wir noch weiteren Diskussionsbedarf? Die Studenten werden durch das Projektstudium optimal auf das spätere Berufsleben und auf die Bachelor-Thesis vorbereitet. Neben den fachlichen Aspekten werden hier immer auch Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Sozialkompetenz geschult und gefördert. Das Projektstudium. Projektbildschuld. Konfliktslösungsstrativ. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Okay, das reicht für heute. Wie? 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 Bis zum nächsten Mal.